Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist und dir meinen Beitrag mit Jesus Christus anhören möchtest. Und so entsteht auf diesem Channeling-Kongress ein wahres Lichtermeer. Von erwachenden Seelen, die bereit sind, sich selbst zu verändern, sich zu veredeln, sich zu verwandeln und mehr und mehr im Einklang mit sich und der Welt zu leben. Ihr alle tragt bei zu einem großen Feld der Heilung, von dem sehr viele Menschen profitieren werden. In diesem Zeitraum des Kongresses, aber auch weit darüber hinaus. Dieser Strom der Heilung bietet dir die Chance, dich von all dem nun abzuwaschen. Von all dem zu lösen. All diese alten Dinge hinter dir zu lassen. Und spüren dich hinein, wie es dir geht. Wie das Wasser die Lebendigkeit schenkt. Wie du Vitalität spürst. Und diese Kühle des Wassers dich enorm erfrischt und belebt. Du fühlst dich mit jedem Schwimmzug leichter und leichter. Mit jeder Biegung, die der Fluss nimmt und du dich treiben lässt, ist es, als ob du etwas hinter dir gelassen hast. An Anspannung, an Belastung. An Problematik, an Schmerz. An altem Groll, an alten Verletzungen aus früheren Inkarnationen oder frühester Kindheit. An Altem Groll, an Altem Groll, an Altem Groll, an Altem Groll.